Servus Leute, einmal mehr der SAAR und heute präsentiere ich den Monkey Island. Das ist so ein Fake Captain Morgan, ein Imitationsprodukt. Und ja, das habe ich im Kaufland gesehen. War eigentlich ziemlich günstig. Ich habe das sogar für ein Eigenmarkeprodukt von Kaufland gehalten. Aber scheint wohl doch nicht so zu sein, weil man bekommt es auch auf Amazon. Da kostet es allerdings deutlich mehr. Da kostet es 16 Euro, die gleiche Flaschengröße. Hat 35% Alkohol. Ah, hier wird vorgeschlagen, Man or Monkey. Monkey Island 50ml. Cola 150ml. Lime und Eis, so soll man das trinken. Gut, ich werde es jetzt heute probieren. Einmal pur, einmal on the rocks. Und einmal mit Cola. Spirituose auf Rum-Basis mit Aromen und Gewürzen. Gut. Dann habe ich hier noch zwei Bewertungen gesehen auf Amazon. Markus Soldner schreibt, Ich wünschte, ich könnte sechs Sterne geben. Das Zeug ist mega geil. Ein guter Begleiter in jeder Lebenslage. Gut im Abgang und besoffen noch sehr gut auszuschenken. Das ist eigentlich so wie eine Standard-Liquor-Bottle, sondern normale Scotch-Flasche. Weiß nicht, warum das jetzt besonders gut auszuschenken sein soll. Oder meint er, auch wenn man besoffen ist, hat man noch Bock drauf? Keine Ahnung. Rundum ein sehr guter Kauf. Amazon-Kunde schreibt, Geschenk Gottes. Kann man schon mal jedes Wochenende trinken. Schmeckt immer gut mit Cola. Eis. Egal, knallt gut. Gut, was erwarte ich mir davon? Ich erwarte mir einen weiteren, ja, wenig komplexen Rum-Verschnitt. Oder ein Rum, der halt sehr nach Vanille riecht. Wie nennt man diese Art? Also es ist ein Spiced Rum, der nach Vanille riecht. Ich habe jetzt schon kurz dran gerochen. Scheint auch so zu sein. In irgendeinem Video habe ich doch auch mal getestet. Was war das? Auch irgendein Billig-Captain-Morgen. Und ja, das riecht so ähnlich, ja. Also es ist sehr vanillig. Finde ich eigentlich sehr gut, weil eigentlich das, was mich am meisten reizt an den Spiced Rums, Spiced Rums, es ist das Vanille, ne. Also ich liebe halt Vanille in jeder Form. Und in den Spirituosen. Ich habe mal in einer Bar vor Jahren, da haben wir Sekt getrunken. Und da war so ein Vanille-Aroma drin. Ich weiß nicht, haben die irgendeinen Sirup reingemacht? Ich habe das dann jahrelang gesucht, aber ich habe es mittlerweile aufgegeben. Ich finde das einfach nicht. So richtig geiles Vanille-Aroma. Aber das war, ich habe verschiedene Sachen dann ausprobiert. Vanille-Aroma habe ich gekauft. Dann ein De Kuiper-Likör mit Vanille-Geschmack. Ich habe nie mehr das wirklich gefunden. Wobei, da war noch Butter-Aroma drin, glaube ich, ne. Der hat Butter-Aroma, ja. Also wenn das jemand weiß, mal bitte in die Kommentare schreiben. Es gibt Butterscotch-Likör, aber das war nicht das Gleiche. Also das liebe ich einfach, solche warmen Töne. Also Butter, Vanille und sowas. Natürlich ist da jetzt kein Butter drin. Kein Butter-Aroma, aber was ist das? Es ist hauptsächlich Vanille und so ein bisschen Rum-Aroma. So wie vom Backen dieses Rum-Aroma. So schmeckt es. So riecht es. Und sonst ist da nicht viel mehr, muss ich sagen. Zucker ist ordentlich drin. Schmeckt ein bisschen sprittig. Schmeckt nicht so hochwertig. Also die, die hier sagen, das schmeckt voll geil und so. Ich hoffe, die zahlen nicht auf Amazon hier diesen Preis von 16 Euro, ne. Weil das ist es nicht wert. Es ist nicht so hochwertig wie Captain Morgan, meiner Meinung nach. Es hat ein gutes Vanille-Aroma, guten Rum-Flavor. Aber irgendwas wirkt daran billig. Naja, jetzt probiere ich es On The Rocks. Vielleicht sind da die schlechten Aromen dann passé. Ups. Ein Eiswürfel reicht für On The Rocks. Wäre ein bisschen klebrig ist es auch. Also wenn man normalen Rum manchmal trinkt, so wie ich. Guten Rum pur. Dann kommt es einem sehr süß vor. Was ist nicht so viel Zucker wie jetzt in einem Likör oder so. Aber man merkt schon, dass da Zucker drin ist. Also gekühlt. Mit einem Eiswürfel schon mal besser, glaube ich. Ja gut, billige Spirituosen-Drinks sind meistens besser On The Rocks. Und neat sind sie ein bisschen, ja, kommen halt die Fehlaromen dann durch. Gut, probieren wir mal noch mit Cola. Also, ich muss mich ein bisschen verbessern. Ich rieche jetzt im Moment weniger Vanille. Hauptsächlich noch Rum-Aroma. Also, es ist nicht so stark aromatisiert. Das meiste Aroma ist halt doch Rum und dann ist halt noch Zucker drin. Gut, da kommt jetzt schon wieder fast nichts mehr durch. Also, das hat hier so einen Ausgießaufsatz da. Ist immer ganz nice to have. Ja. Zusammen mit der Cola hat diese leichte Herbheit durch den Alkohol und so weiter. Ja, da passt es ein bisschen besser, ne. Dann merkt man, dass da auch wirklich was drin ist. Hat dann so was, ja, Herbes, was so eine gewisse Würzigkeit, ne. Ja, gut, also ich finde es jetzt nicht besonders toll. Ich würde jetzt mal Schulnote 4 geben dafür. Wobei, wenn man den Preis bedenkt, also ich habe es in Erinnerung für 7 Euro habe ich das, glaube ich, gekauft. Wenn es wirklich so billig ist, dann mache ich eine Note 3 draus. Aber leider finde ich es nicht besonders gut. Hier oder hier weitere Videos von mir. Macht's gut, Leute. Trinkt lieber Mümmel, Mann. Der hat's in sich. Ciao, Leute.